Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man und dem Beagle. Mir ist aufgefallen, nee, ich krieg hier gar nichts eingeblendet, weil ich hab ja theoretisch hier noch so Sable-Außenposten offen und diese Sträflingslager, da hab ich ja auch nicht alle von gemacht. Die werde ich nicht alle mit euch machen, keine Sorge. Ich glaub, es ist gar nicht so viel Sable-Außenposten. Hier ist es am meisten. Da ist vor allen Dingen noch eine Forschungsstation, die ich offensichtlich nicht sehen kann. Finde ich auch interessant. Aber sei es drum. Peter, Feuerwehr und Rettungsdienst sind unterwegs. Hier ist ein Notausgang der... MJ, lass es, sonst muss ich dich auch noch retten. Peter, sei vernünftig und warte auf Hilfe. Peter, give's a fuck. May! May! Hilfe! Wir sind hier drüben! Tante May, hey, ich hab sie. Halte durch! Tante May, geht Ihnen gut? Geht an ein Fenster! Zu weit weg! Moment! Sie kann's aber auch nicht lassen. Dann, macht euch bereit! Komm schon, du blödes... Tinge! Na los, May! Ich hab dich! Oh mein Gott! Oh nein, Miles! Los! Los! Miles, komm schon! Oh, äh... Nein! Malz, einfach der coolste! Wir haben dich! Wir haben dich! Wir haben dich! Alle in Sicherheit! MJ, wenn du und meins nicht gewesen wärst, wär ich... So tot wie ich, wenn du mich nicht tausende Male gerettet hättest. Ich schulde dir noch ein paar Mal. Oh, sehr schlau! Hey. Tut mir leid, dass ich's vermasselt habe. Es ist nur schwierig, immer die Person zu sein, die gerettet werden muss. Ich will auch mal jemanden retten. Ich meinte nicht, dass du das nicht kannst. Noch Partner? Immer. Hey. Ich wusste nicht, ob... Still, mit Kohlensäure, Medium, spritzig oder sonst was. Also hab ich eine von jeder. Stör ich? Nein, ähm, MJ. Miss Watson und ich besprechen die Strategie. Strategie? Ganz recht. Die Stadt ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Unser aller Hilfe. Okay, gut. Dann sag an, Coach. Okay. Teile und Herrsche. Miss Watson. Wir brauchen ein Antiserum gegen den Teufelsatem. Oscorp entwickelt etwas. Aber das wird garantiert Octavius und Lee in die Hände fallen. Wir müssen das Heilmittel finden und sichern. Ich gehe ein paar Hinweisen nach. Malz, du musst im Fiest Augen und Ohren offen halten. Wenn was ist, ruf mich an. Wir müssen das Center und die Leute dort schützen. Okay, alles klar. Und was wirst du machen? Eine Bande von kostümierten Irren nimmt die Stadt auseinander. Und ich avanchiere mich. Okay. Hey, halt! Wie ruf ich dich an? Ich mein, hast du denn ein Handy in deiner Tasche oder sowas? Miss Watson, gib dir meine Nummer. Viel Glück, Team. Du hast deine Nummer, bist du, Spidermans Freundin? Es wäre so cool. Komm mal los, Sherlock. Jetzt zeig mir doch mal deine Wassersammlung. Geil. Die beiden sind Zucker. Und Malz ist... Oh. Was? Was war das denn jetzt? Hm. Ich halte dich auf dem Laufenden. Jetzt habe ich auch wieder alles offen. Die Spur aufnehmen. Okay. Wo bin ich denn selbst gerade? Das ist eine sehr... Ich bin da. Warum bin ich denn jetzt im Upper East West? Äh, Upper West Side. Upper East West. Das ist doch nicht schlecht. Ha. Wir könnten uns mal dieses Sable... Ähm... Diesen Sable-Außenposten angucken. Aber erstmal möchte ich meine Fähigkeiten machen. Fähigkeiten. Ganz wichtig. Erstmal hier. Ich hab elf! Wann habe ich das Ding gemacht? Ich hab nichts davon mitgekriegt. Ja, krass. Luft. Okay. Ah, cool. Eins. Ich brauche noch zwei Fähigkeitenpunkte. Dann habe ich alles beisammen. Cool, Leute. Cool. Das sieht scheiße aus. Vintage Comic Buch. Okay. Auch das sieht doof aus. Das ist ja von Black Cat. Ich mag immer noch meine echt sehr gerne, ne? Was ist das Kaputte? Oh, da ist auch was Neues verfügbar. Moment. Mhm. Nö. Geräte. Ich würde gerne meine Spinnen ein bisschen... Oh, ja. Bisschen siegt. Oh, Herausforderungsmarken brauche ich dafür. Das wäre auch nicht schlecht. Oh, nein! Herausforderungsmarken. Ach. Okay. Aber die Spinnen sind schon geil. Muss ich sagen. Wo kriege ich nochmal die Herausforderungsmarken her? Hier vorne, ne? Nee, Basismarken. Hm. Ah. Ah. Da kriege ich die Herausforderungsmarken her. Eww. Ist ja widerlich. Ich will das nicht machen, Leute. Aber ich will mir mal diesen Sable-Ding angucken. Noch dazu glaube ich, dass auf dem Weg dahinten... Weißt du, was mir an dir gefällt, Kleiner? Was denn? Du wärst immer besser. Ich hab doch... Danke, gruseliger Stalker! Nenn mich... Taskmaster. Weil du mir Aufgaben stellst? Wie kreativ! Eine Gruppe Söldner verübt in der ganzen Stadt Verbrechen. Diese Söldner sind nicht vielleicht rein zufällig deine Söldner, oder? Nein. Ich weiß nur, dass man sie für ihre Arbeit gut bezahlt. Es sei denn, du hältst sie auf. Was hast du davon? Ich darf zusehen. Und lernen. Wie zusätzliche Herausforderung. Die Lautlos-Herausforderung. Kampf-Herausforderung. Okay. Drohnen-Herausforderung. Lautlos. Ach so. Ach so. Naja, erstmal hol ich mir das da hinten. Ich will wissen, was das ist. Hallo? Hier ist Hebelzentrale. Wie ist die Lage in Colombia? Ops. Wo denn? Au. Das war vielleicht nicht so schlau, wenn ich ehrlich bin. Ich bin damit praktisch so fein. Die sind halt auch echt am schlimmsten mit ihren Stäben. Warum sind die so stark? Das ist ja wohl abstoßen. Ah, komm. Es ist abnormal. Abnormal. Wie geht das? Das geht. Au. 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 A. Au. Ohne Witz, du da hinten, ne? Du gehst mir auf die Eier. Der geht, der geht mir auf die Eier. Wo denn? Wo denn? Leute, wo? Da? Wo zum Phinix seid ihr bitte? Okay, ich verstehe. Ihr seid irgendwo hier. Als weird. Very weird. Ach, da hinten sind noch Türme. Ach so, ich muss noch da hinten. Ach, nö. Habt ihr früher gesagt, wenn ich groß bin, will ich skrupelloser und Zerdrücker werden? Ja, habt ihr vermutlich. Die Chance ist gegeben. Er lebt immer noch, das ist doch nicht zu fassen. Aua. Und das sind Wellen. Ey, ohne Witz. Nein, nicht der. Ja. Was bist du, ein Jedi, oder was? Oh, nö. Ähm. Noch mehr von euch. Jetzt reicht's, ihr kriegt von mir nur einen Stern. Ach, ihr seid solche Lemuren-Schweine, ey. Was mach' ich denn mit denen? Au, sag mal, was soll das? Dankeschön. Warte mal, funktioniert bei denen das gleiche Prinzip, wie bei... Nein, bei denen funktioniert nicht das gleiche Prinzip. Mann! Kommt durch das an! Ihr seid Scheiße! Ihr seid einfach Scheiße, ihr Save-Larschlöcher! Ja! 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 Er lebt immer noch, ich glaub' das nicht. Oh, das ist nervig, Leute. Das ist wirklich, wirklich nervig. Ich rufe den Kundendienst an. Ich hatte ausdrücklich nur einen Trupp, weil sich das Save-Larschens bestellt. Ja! 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 Spiderman, Sable hat wohl intern eine Prämie auf dich ausgesetzt. Der Agent, der dich erledigt, kriegt ein riesen Bonus. Nichts ist so gut für das Betriebsklima wie ein schöner Konkurrenzkampf. Er lebt noch. Oh, sag mal, was ist das Problem? Spidey, mach doch bitte. Oh, ist das ätzend, Leute. Ist das ätzend. Hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Hey, wenn ihr Typen weiter einfach so reinschneidet, es wäre höflich, vorher anzurufen. Er, kann man jaнемen. Oh, meinst du hier. Oh. Ich kenne dich nicht. Ach. Der ist die Verbrechung, es wäre zu spät. Oder auch die Dosen, die Dosen, die Tarkofer proberen, oder? Oh. 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 Und du. Oh. 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 Leute, ich hab da fast ne 48, ich hab ne 50er Combo gemacht. Oh, hi Sable Jungs! Hier ist alles cool, die Ärger gibts nebenan. Hey, war den Versuch wert? Na komm, geh doch dahin! Die Waffen tun zwar weh, aber ich komm gegen die mit den Waffen halt an, ne? Aber die mit den... Ihr seid doch solche Lemuren-Söhne ey, ohne Witz! Oh Leute, ich komm hier überhaupt nicht voran! Oh, dieses Nerf ist! War das die letzte Welle? Bitte lass es die letzte Welle gewesen sein. Ich will nicht. Ich will überhaupt nicht mehr. Mal im Ernst! Was hattet ihr denn erwartet? Ah... Wie lass ich euch denn freuen? Ah! Die Leute sind aus den Zellen raus. Sie setzen ihre Proteste nicht weiter fort. Sable verstößt gegen die Verfassung. Und ich bin schon zufrieden, wenn keine Unschuldigen in den Knast kommen. Danke! Mhm. Oh Gott. Nee, da geh ich nicht nochmal hin. Absolut nicht. Heftig. Einfach nur heftig. Die lautlose Herausforderung im Leben nicht. Na gut, ihr Lieben, dann mach ich jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie viel von diesen Sable Stations gibt's eigentlich? Eins... Zwei... Drei... 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 Okay. Drei... Oh... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ihr Lieben! Drei...